Andere Gemeinden überspringen diesen Thema, sie überspringen diesen Geschichten, sie reden nicht darüber, sie werden dem Ansatz, Frauen wollen einfach nur Spaß haben folgen, okay? Anstatt einen Ansatz zu haben, der besagt, hey, wir sollen unsere Töchter richtig lieben und beschützen und sie richtig beibringen und sie nicht rausgehen und galoppieren lassen und die ganze Nacht draußen bleiben, Party machen und ganz alleine ohne Aufsicht sein, ohne einen Erwachsenen. Wir sollen Verantwortung übernehmen und sicherstellen, dass unsere Kinder, insbesondere unsere Töchter, geschützt sind. Aber mit den Söhnen ist das anders. Und viele sagen, dass ich Doppelmoral habe. Ja, das ist richtig. Genau, ich, Steven Anderson, habe eine Doppelmoral. Ich, Steven Anderson, habe einen unterschiedlichen Standard für Männer und Frauen, weil ich mich nicht für diesen non-binary, geschlechtsneutralen Mist von heute interessiere. Es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Sie sind unterschiedlich. Sie sind nicht dasselbe. Und hier ist die Sache. Wenn es um unsere Söhne geht, müssen sie ausgehen und ihren Lebensunterhalt verdienen. Sie sollten ausgehen und einen Beruf erlernen, eine Karriere lernen, einen Job bekommen. Sie sollten in einigen schwereren Situationen ausgesetzt sein als unsere Töchter. Es wäre eine Tatsache, dass sie ausgehen und auf Baustellen arbeiten werden. Sie werden in all diesen Dingen ausgesetzt sein und sich mit all dem Zeug auseinandersetzen müssen. Und du musst ihnen Freiheit geben, weil sie Leiter sein werden. Sie werden ihren eigenen Haushalt führen und sie sollten diese Freiheit haben. Aber andererseits, Frauen sollen von zu Hause bei ihren Eltern leben, um bei ihrem Ehemann zu leben. Und der Ehemann kümmert sich um sie. Zuerst sollten sich die Eltern und schließlich der Ehemann um sie kümmern. Das ist Gottes Plan. Es ist nicht Gottes Plan für Frauen, einfach auszugehen und selbstständig zu leben. Und wenn sie 18 werden und einfach ausgehen, Single sein und Karriere machen, Leute, es ist eine Katastrophe. Deshalb fehlt in unserem ganzen Land, in unseren Gemeinden und vielen Baptistengemeinden eine Bevölkerungsgruppe. Es gibt heute keine jungen, single, erwachsenen Frauen. Es gibt viele Teenies und dann viele single, junge Männer. Zwischen 18 und 30 Jahren gibt es viele single, junge Männer und es gibt einfach keine single, Frauen in diesem Alter. Und dann gibt es diese verheirateten Frauen mit Kindern. Aber wo ist die Bevölkerungszahl der single, jungen Damen? Ich sage dir, wo sie sind. Sie gehen raus und machen Partys, sie leben in Unzucht und gehirschen ihren Eltern nicht. Das tun sie dank des Feminismus. Aber Gott sei Dank für die Ausnahmen. Gott sei Dank, dass es einige 18, 19, 20 Jahre alte junge single Frauen gibt, die bei Gott bleiben und ihren Eltern gehorchen. Sie unterwerfen sich ihren Eltern, sie unterwerfen sich Gott und tun, was richtig ist. Anstatt auszugehen und ein weltliches Leben zu führen. Und selbst wenn die keine schlechten Absichten haben. Hey, ich will nur Spaß haben, ich möchte einfach Freiheit haben, ich möchte nur mein eigenes Ding machen. Vielleicht sagst du, ich möchte nur die Töchter des Landes sehen und ich werde nicht mit Männern schlafen. Ja, berühmte letzte Worte von Dina. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wenn du da rausgehst und in einer Umgebung bist, für die du nicht ausgelegt bist, werden schlimme Dinge passieren. Viele Wesen haben ihre natürliche Umgebung. Fische gehören ins Wasser. Der Vogel fliegt durch die Luft. Wenn wir den Vogel unter Wasser setzen, gibt es ein Problem. Wenn wir den Fisch an Land bringen, wieso, dann gibt es ein Problem. Viele Wesen haben eine bestimmte Ordnung in der Natur. Wenn wir ein Tier aus einem heißen Klima nehmen und es einem kalten Ort abgeben, wird es Probleme geben. Lass mich dir sagen, Frauen sollen eine bestimmte Rolle in der Familie spielen. Sie spielen eine gewisse Rolle im Leben. Männer sollen eine bestimmte Rolle spielen. Sie passen zu einer bestimmten Umgebung. Und wir sollten die Dinge im Balance halten. Ich sage nicht, dass Männer besser als Frauen sind. Männer sind nicht besser als Frauen, aber Männer sind stärker als Frauen. Es gibt viele Bereiche, in denen Frauen besser und klüger und qualifiziert sind und umgekehrt. Sie sind einfach anders. Männer sind Männer und Frauen sind Frauen. Sie sind nicht dasselbe. Wenn du denkst, dass sie gleich sind, hat die Welt dich getäuscht. Die Bibel lehrt, dass es einen Unterschied gibt. Okay? Die Sache ist also, dass Frauen in jungen Jahren zu Hause bei ihren Eltern leben sollen, wenn sie nicht verratet sind. Was machen wir wohl bei Hochzeiten, wenn wir unsere Tochter den Gang entlang führen? Was Väter normalerweise tun. Aber heutzutage ist es nur eine alte Tradition, die wir nicht einmal verstehen. Weißt du, was es sein soll? Es bedeutet, dass ich meine Tochter verschenke. Sie ist nicht mehr meine Verantwortung, aber jetzt gehört sie dir. Sie war unter meiner Autorität und jetzt ist sie unter deiner. In Wirklichkeit wäre es in der heutigen Welt richtig, wenn Frauen einfach den Gang selbst entlang gehen würden. Der Vater hat seit 5 Jahren, 10 Jahren, 15 Jahren nicht mehr mit ihr Leben zu tun. Du machst nur dein eigenes Ding. Was sagst du, wenn du deine Tochter den Gang entlang führst? Du sagst, ich habe mich um sie gekümmert, ich habe sie genährt, ich habe auf sie aufgepasst, sie war meine Verantwortung, ich habe sie großgezogen, ich war die Autorität und jetzt gebe ich sie in einer ununtergebrochenen Kette weiter. Ich gebe sie dir, weil du der Ehemann bist. So soll das sein, my friend. Das lehrt die Bibel. Rat mal, warum Mädels missbraucht werden. Weil sie alles tun, anstatt verantwortlich zu sein. Die Eltern sollten verantwortlich sein und sie sicher und reinhalten und dabei helfen, ihre Würde intakt zu halten. Vielleicht sagst du, nein, ich möchte nicht die ganze Nacht Party machen und mit Männern schlafen. Ich möchte nur zur Universität gehen und studieren. Aber was passiert, wenn du zur Universität gehst? Es wird eine Menge ungeritteter, weltlicher Männer geben. Da wird der Typ im gelben Anzug hinter dem Baum sein. Er wird dich eine Meile entfernt kommen sehen. Er wird das schöne, weibliche, reine christliche Frau sehen. Und ich sage nicht einmal, dass sie alle schreckliche Männer sind. Ich sage, dass sogar die netten Jungs mit dir flirten werden. Und das nächste, was du weißt, ist, dass du mit einem ungeretteten Mann zusammen bist. Du schläfst mit ihm. Du ziehst bei ihm ein. Und Leute, auch wenn die Bibel nicht darüber gesagt hat, ich weiß immer noch, dass dies Wahrheit ist, weil ich es hundertmal gesehen habe. Ich bin mein ganzes Leben lang Christ gewesen und seit ungefähr 30 Jahren in der Gemeinde bin. Ich habe es immer und immer und immer wieder gesehen. Vielleicht sagst du, nun, ich möchte nicht mit einem ungeretteten Mann zusammen sein. Ich möchte nur ein bisschen Geld verdienen, indem ich bei Taco Bell oder McDonalds oder irgendwo anders arbeite. Ich will nur ein kleines Taschengeld. Hey, ich verstehe es, okay? Ich verstehe, warum Mädels ein kleines Taschengeld wollen. Ich verstehe, warum sie eine Ausbildung bekommen wollen. Ich verstehe, warum du ausgehen und Spaß haben und mit deinen Freunden rumhängen willst. Ich verstehe es, okay? Aber weißt du was? Das versucht der Diener auch. Aber was passiert ist, wenn du unter den weltlichen, heidnischen, ungerittenen Menschen ausgehst und nicht beaufsichtig bist? Es gibt keinen Erwachsenen, keinen großen Bruder, keinen Vater, der auf sich aufpasst. Weißt du was? Das wird passieren. Sonst wäre diese Geschichte nicht in der Bibel. Und ich kann dir persönlich erzählen, dass es millionenfach passiert. Und lass mich euch Väter etwas sagen. Egal, was deine Tochter im Fastfood-Restaurant verdient, Weißt du was? Es ist besser, ein paar Überstunden zu machen oder einen zweiten Job zu erledigen, als nur dein Leben zu verbringen, deine Tochter groß zu ziehen, sie zu lehren, rein zu sein, sie zu beibringen, göttlich zu sein, schütze sie vor diesen Dingen und wenn sie 16 Jahre alt ist, naja, viel Spaß. Lass mich dich mit den komischen Männern im Fastfood-Restaurant absitzen. Jetzt lass mich dir etwas sagen. Ihr Mädels, die sagen, oh, wir wollen einfach nur rausgehen und Spaß haben und whatever. Hier ist die Sache. Es gibt eine Menge Dinge, die jeder tun möchte, die er nicht tun kann. Es heißt Regeln. Es heißt Leben. Es heißt Gottes Gesetze. Denkst du, dass jeder im Leben einfach macht, was er will? Jeder einzelne von uns heute hier in der Faithful Word Baptist Church an einem Sonntagmorgen, die Christen, weißt du was? Jede Woche machen wir Dinge, die wir nicht mögen. Wer hier macht Dinge, die du nicht magst? Es gibt etwas, das du in der Woche magst, das du nicht magst, das dir nicht gefällt. Es gibt viele Dinge, die wir tun wollen, aber wir tun es nicht. Wir geben nicht nur jeden Euro aus, das wir ausgeben möchten, essen jedes Essen, das wir essen möchten, trinken jedes Getränk, das wir trinken möchten, gehen jeden Ort, an der wir gehen möchten. Nein, warum kann ich nicht tun, was ich will? Naja, weil du ein Mensch auf dem Planeten Erde bist. So funktioniert die Welt einfach nicht. So funktioniert das Leben nicht. Es gibt Grenzen, es gibt Regeln. Und Menschen, die tun, was sie einfach wollen, zerstören schnell ihr Leben. Schnell. Jeder hat Regeln. Wenn du sagst, das ist nicht fair, ich mag diese Regeln nicht. Hey, die Regeln deiner Eltern sind nicht so schlecht. Und sei nicht sauer auf deine Eltern, wenn sie das tun, was Gott ihnen befohlen hat. Sie lieben dich, sie suchen nach dir. Sie wollen dich nicht als eine verbrauchte Hure sehen, wenn du 30 bist. Deine Eltern beschützen dich, sie lieben dich, sie kümmern sich um dich, sie setzen dir Grenze und sie geben dir Regeln, weil sie wollen, dass du ein glückliches und gesegnetes Leben hast.